Deutscher Verband für das Skilehrwesen Die ersten Schritte mit Skiern Mache die ersten Versuche auf einer flachen Piste mit wenig Unebenheiten und festem Schnee. Abbiegen, die ersten Richtungswechsel werden aufrecht stehend wirken. Der Skifahrer oder die Skifahrerin Einen der Skier so, dass er im spitzen Winkel zum anderen steht. Die Schaufel respektive das Ende zueinander zeigen. Der Aufstieg im Treppenschritt wird hauptsächlich verwendet und kann mit dem Aufstieg auf einer Leiter verglichen werden. Der Aufstieg im Treppenschritt 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 Der Aufstieg im Treppenschritt